Das iPhone steuert auf uns zu und die Gerüchte so vorher so von mehr, Apple bestellt mehr, Apple bestellt weniger, so geschenkt, kann man vergessen. Aber wie sieht das denn aus, was für ein Kabel liegt denn bei? Also da wird es ja interessant, weil das sagt ja immer was aus, was Apple so beilegt, was so gratis dabei liegt. Beim iPhone Classic war es ein kostenloses Dock und das Kabel und ein Wischtuch und solche Sachen und bei manchen teuren Produkten ist immer noch ein Wischtuch dabei und diesmal ist vielleicht dabei ein, kein Wischtuch, sondern ein, ist das, nein, ist nicht mehr dabei, ist, sondern ein längeres, geflochtenes Kabel und ein längeres, ja, wieso ist das jetzt länger, wieso würde man das verlängern? Ich meine, also 1,50 Meter jetzt vielleicht, ist das, hat das irgendeine Bedeutung? Wahrscheinlich nicht, aber, oder ist das so, um Leuten so ein Goodwill von Apple zu zeigen? So guck, wir machen Lightning-Tot, aber jetzt kriegst du von uns kostenlos ein langes, geflochtenes Kabel dazu mit USB-C. Sehr gute Frage, ich meine, Kabellängen sind ja auch immer so ein Diskussionspunkt, wo Leute entweder verzweifeln oder sich ein viel kürzeres Kabel wünschen oder viel längeres Kabel. Da kannst du ja auch nicht so richtig eben recht machen und die alten Apple-Watch-Kabel waren ja immer der Klassiker, die waren ja so lang, dass du überhaupt nicht wusstest, wie du irgendwie mit denen anfangen und aufhören solltest. Inzwischen sind die gar nicht mehr so lang, die Apple-Watch-Kabel, die haben sie irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Generation sind die, ein bisschen zusammengeschrumpft haben. Ich glaube, die sind jetzt einfach einen halben Meter oder einen Meter, ich weiß nicht, ob, Alex, weißt du es aus dem Kopf? Aus dem Kopf nicht, aber ich weiß, dass die ersten Kabel, die waren total wertig, weil der Puck, der war so aus Aluminium und so. Wertig. Und jetzt sind es ja oft Plastik, die beiliegen. Außer du kaufst, glaube ich, die höherpreisigen Modelle mit Edelstahl etc. Da liegt, glaube ich, noch das wertige Kabel bei. Ja, also bei der Ultra kriegst du ja auch geflochtenes Kabel und halt Alu-Schnelllade-Ding. Da ist noch der, aber das stimmt ja, bei den Alu-Varianten haben sie dann mal sehr stark auf die Preissparbremse gedrückt, was die Edelstahl angeht. Nee, die Länge ist komisch, was sie daran schrauben wollen. Also das würde ich auch gerne eine sinnvolle Erklärung dafür, warum die Entscheidung war, oder ob sie einfach nur die Länge irgendwie hatten. So USB-C, naja gut, halt 1,5 Meter. Naja, und halt die Haltbarkeit von den normalen alten Gummikabeln, die war ja immer relativ, naja, gemischt. Und ich habe auch solche geflochtenen jetzt von Third-Party, geflochtene C auf Lightning-Kabel. Und die halten schon, aber die lösen sich auch irgendwann auf. Also die sind auch nicht unzerstörbar. Und jetzt auch das MagSafe-Kabel hier vom Laptop ist ja auch so geflochten. Und das hat aber auch hier an dem MagSafe-Stecker so eine Schwachstelle. Also irgendwann wird das, wenn man es nur grob genug behandelt, auch auseinanderbrechen. Also unzerstörbar ist es nicht, aber die Gummikabel bisher, die normalen Lightning-Kabel, die waren schon so ein bisschen auf der schäbigen Seite. Ja, definitiv. Und mir waren die persönlich auch immer zu kurz, muss ich sagen. Also die beiliegenden Kabel, die waren mir bei iPhones immer zu kurz, muss ich sagen. Aber gut, das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Also ich schätze auch sehr kurze Kabel dann doch, muss ich sagen. Also wenn du dann unterwegs bist, ist es ganz nett, ein ganz kurzes Kabel zu haben und nicht so viel mitzuschleppen. Aber so zu Hause, würde ich sagen, länger ist dann irgendwie, gibt mehr Spielraum. Was einfach, also spannend ist, weil geflochtene Kabel, das ist ja so Apples neue Stilrichtung so ein bisschen. Die sehen wir ja oft in Homepods beim Studio-Display, liegt ja auch ein sehr schönes Thunderbolt 4-Kabel dabei, was geflochten ist. Das finde ich schon nett, muss ich sagen. Es netter anzufassen einfach. Und wenn sich dafür jetzt so grundsätzlich erstmal entscheiden, ist mir die Übertragungsgeschwindigkeit, ohne da mal direkt einzulängen, ist mir relativ wurscht. Oder da können sie gerne irgendwie Unterschiede machen, weil die, glaube ich, die Qualität des Kabels ist für die meisten Leute wichtiger als die Übertragungsgeschwindigkeit. Warum, warum sollten sie, aus welchem technischen Grund sollten sie Unterschiede in der Übertragungsgeschwindigkeit bei Kabeln machen? Also, naja, also halt USB 2, ne? Also nicht 3 oder Thunderbolt, sondern halt so 2. Ja, aber warum sollten sie, also warum sollten sie USB 2-Kabel beilegen? Also, ja, aber weil das einfach, dass sie sowieso machen. Ich meine, schau dir halt die Ladekabel von den MacBooks an. Also, ich meine, über die willst du auch keine Daten übertragen, weil du kannst über die praktisch keine Daten übertragen. iPads ja auch, ne? iPads sind ja auch USB-C auf C-Kabel. Das ist einfach das lausigste, das lausigste Kabel, das lausigste Datenübertragung. Nein, ernsthaft? Ja. Ja, ja. Deswegen verzweifeln doch die Leute, die irgendwie so einen Umzug machen wollen mit einem Thunderbolt, sie meinen mit einem Thunderbolt-Kabel, was sie da anstecken. Genau. Und dann haben sie da halt USB-Speed drin. Okay, das habe ich einfach nicht mitbekommen. Das ist ja wirklich komplett hartstrahl. Und deshalb ist es völlig selbstverständlich, dass man bei dem iPhone 15 und eventuell auch dem iPhone 15 Pro das lausigste USB-C-Kabel beiliegen wird, über das du irgendwie Strom bekommst. Also, da läuft schon Strom. Es könnte auch sein, dass man so ein Bit durchgeht. Irgendwann so zu sehen. So ein Quantenbit. Das ist aber zufällig auf beiden Seiten gleich umfällig. Okay. Ich weiß nicht, also was der Grund ist, ist echt eine interessante Frage. Und ich meine, also USB-C ist ja für Apple aus MacBook-Sicht und aus iPad-Sicht nichts Neues jetzt. Aber bei iPhone ist es natürlich eine andere Dimension an auch Kabelbestellung, die da notwendig wird. Und es ist ernsthaft interessant aus so einer Perspektive, die auch nur hier uns interessiert. Aber die ist super interessant, für was sie sich entscheiden und ob sie wirklich Unterschiede machen. Weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass, also ich weiß nicht, ob USB 2.0 echt noch preiswerter ist. Also, ich mag es mir ja fast nicht vorstellen, muss ich sagen, dass man das, aber in den Summen oder den Massen, den Apple einkauft, macht halt irgendwie einen Cent, macht dann halt wahrscheinlich einen Unterschied. Ja, da macht schon einen Cent einen Unterschied, aber halt auf so einem iPhone, das halt knapp 2000 Dollar kostet, ist halt, weißt du, Halo ist nicht gratis, Kupfer ist noch weniger gratis, aber so ein bisschen, oder sie sehen halt an ihren Daten, die sie haben, dass die Leute einfach das nicht benutzen. Und die immer allermeisten Leute benutzen, das nicht, dann können sie vor sich selbst rechtfertigen, wir sparen das auch wieder mit so einem Umweltschutzargument irgendwie, wir sparen ganz viel Kupfer in den Kabeln. Und dann können sie hinterher halt sagen, okay, du willst das schneller haben, kein Problem, kostet 39 Dollar das Kabel, mit besser. Ja, oder noch mehr. Ich meine, was kostet das Thunderbolt-Kabel bei Apple? Ich glaube 45 Euro, oder? Thunderbolt wird noch mehr kosten, oder? Das kann ja nicht sein, dass das nur 45 Euro sein wird. Oh Gott. Ich dachte, das Kurze kostet es, aber gut. Apple, ja doch, stimmt, wahrscheinlich wird mal eins, ja, du hast recht, also einen Thunderbolt zumindest, ja, aber ist das wirklich? Ich meine nicht die 3-Meter-Variante für 180, sondern. Nee, nee, du hast schon recht, das 2 Meter kostet genau, es kostet 45 Euro, richtig. Ich hatte einen höheren Preis. Das ist auch viel Aussagen, dass du einen höheren Preis im Hintergrund hast. Achso, dann gebe ich an, das 4-Pro-Kabel. Natürlich gedacht, weil für das iPhone 15 Pro war es natürlich das Pro, Thunderbolt 4-Pro-Kabel. Na klar. Und das kostet natürlich 150 Euro. Was? Naja, ich meine, es ist ein Pro-Kabel, ist auch schwarz. Also, ich meine, dafür zahlt man schon mal ein bisschen mehr. Es ist ein sehr schönes Kabel, also muss man ernsthaft sagen. Ich habe bis jetzt ja nur eins, weil es beim Studiodisplay dabei lag. Es ist ein bisschen knapp beim Studiodisplay, da hätte man auch vielleicht sich noch ein paar Zentimeter mehr gewünscht, aber es geht schon, je nachdem, was für einen Rechner man natürlich anschließt. Aber es ist ein sehr schönes Kabel, weil es sehr, sehr universell ist. Aber, ja, das ist echt, also die spannende Frage, ich würde es einfach mal als gegebene Information nennen, dass wir ein sehr langsames Kabel für die normalen, in Anführungszeichen, iPhones bekommen. Und die Frage ist so ein bisschen, ob die höherpreisigen iPhones, die Pro-Geräte, ein anderes Kabel bekommen. Oder ob sie das nicht alles, ob sie da alle nicht die gleichen Kabel, ob sie da wirklich eine Unterscheidung treffen. Da sie auch bei den teuren Macs lange Zeit die lausigen Kabel beigelegt haben, würde es mich nicht wundern, wenn das iPhone 15 Pro dieselben lausigen Kabel hat wie halt das Basis-iPhone. Und wenn du da schnell Daten drüber schieben willst, musst du dir ein Thunderbolt-Kabel deiner Wahl irgendwo kaufen. Das, denke ich, darauf läuft es hinaus. Es würde mich ernsthaft erstaunen, wenn sie da sagen, ja, ja, nee, das legen wir bei. Weil der Punkt ist halt wirklich, dass unterm Strich die Zahl der Leute, die das dann wirklich brauchen und machen und damit Daten übertragen, wahrscheinlich wirklich gering sind und dafür liegt. Also ich wäre ernsthaft erstaunt, wenn sie das machen würden. Insofern würde ich davon ausgehen, dass du da ein USB-2-Kabel bekommst, mit dem du dein iPhone laden kannst. Egal welche, bis hin zum Pro Max für 2000 Euro, alles das gleiche Ladekabel. Eine Ladegeschwindigkeit könnte halt noch einen Tick hochgehen, aber im Grunde ist es auch wurscht. Also wie schnell das jetzt genau lädt, wenn das auch bei den Android-Kisten halt schon so ein Feature ist, was immer auf der Packung draufsteht hier. Und manche haben ja auch so absurde, so 100 Watt für eine Minute oder so. Ja, aber ich glaube, das ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, es wird trotzdem das Geschrei so ein bisschen geben, wenn auch an sich, glaube ich, USB-C schon so eine, jetzt für Strom eine gewisse Unterstützung so von auch normalen Leuten hat, weil die gemerkt haben, das ist ganz cool, wenn so alles einen Stecker hat, wo irgendwie vielleicht Strom durchgeht und halt Apple da nicht aus der Reihe springt. Und ich nehme auch an, dass die meisten Leute gesehen haben werden, dass diese ganze Mikro-USB-Geschichte, dass die halt Murks war. Ja, und es ist ja wirklich, also wenn du dir auch so die, so kleinere Gadgets drumherum und Accessoires anschaust, so langsam hat man das Gefühl, dass wenn du irgendwas kaufst, dass du da gar nicht mehr groß drauf achten musst, das kommt dann schon auch mit USB-C. Das hat ja relativ lang gedauert, also irgendwie aber von dem Action-Cam bis hin zu irgendwelchen, irgendwie gerade so einem Satelliten-Empfänger hier liegen. Und der hat dann auch einfach, das ist einfach USB-C, das sind alles Geräte, wo früher halt definitiv einfach Mikro-USB dran, mal über lange Zeit, oder irgendwie Fahrradcomputer oder sowas. Und irgendwann wurde dann mal gemerkt, ja okay, jetzt lass das Ding halt mal, lass die mal alle auf USB-C umstellen. Hier kam gerade so der neue CO2-Messer, also 0815-CO2-Messer an, USB-C drin. Ja, selbst, also selbst, ja, ja, das ist interessant. Also ich glaube, das hat sich jetzt wirklich, also das ist, das wirklich, ist echt, also mir erscheint es jetzt wirklich als Seltenheit, wenn du noch irgendwo was mit Mikro-USB. Ja, Ausnahmen sind so, 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 tatsächliche Stromstecker. Ich habe eine Zahnbürste letztens gekauft. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht darauf geachtet und einfach geklickt, weil ich davon ausging, gut, da wird ja am anderen Ende schon irgendwie USB-C dran sein. Muss wieder zurückziehen. Nee, kommt halt so ein Stromadapter, weißt du, kommt da mit so. Das ist halt so, die machen halt wenigstens nicht den Mikro-USB-Quatsch, aber sie machen halt so einen Stromadapter, den man halt auch separat mitnehmen muss, wenn die Zahn, elektrische Zahnbürste nicht über die Tage reicht, die man unterwegs ist, was nervig ist. Es gibt ja sogar so kleine Lötkolben, die dann entweder, kannst du irgendeine Batterie dranstecken, 12 Volt, oder halt auch mit USB-C powern. Und je nachdem, wie viel Strom du dran gibst, kannst du halt größere oder kleinere Sachen löten. Das ist schon alles ganz schick. Schau mal, was für ein Kabel beiliegt.